Wie jetzt schon. Die Polizei ist ja schon da, aber... Die Polizei ist dem langen gesagt. Einer... Zwei kommen hinter, aber nein... Machen Sie ja. Ich... Ich bin kein Täter. Da drinne ist einer. Gucken Sie! Das ist die Niko. Da drinne ist der. Ich bin gar nicht. Der Taser? Ja. Dann kann man sich direkt feiern lassen. Geh weg! Wir wollten jetzt auch noch die Taser hier noch lesen. Die wurden wie wir sie sehen. Ja, ich hab keine Ahnung. Können wir mal auf die Kopf schießen? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Hinter einer hat es einer. Tot. Was ist mit der eine bei dir von Niko? Der... Der ist tot. Ich weiß nicht. Der eine ist für uns gar nicht. Wo? Hinter einer hat die Kampsche. Der hat sich in der Kampsche. Er ist tot. Ähm, den Glasser ist tot, oder wie? Ja, äh... Ich hab... Ich hab... Bleib im Durchschießen, ne? Ja, ich hab... Ich hab... Einmal geht. Also das Problem ist, du hast nur, äh... Einmal der Zähnermagazin... Dann gehen wir mal. Ich hab... Wappenspielzeit. Äh... Ja. Aber einmal ist nicht geschritten, der Bunde ist weg. Ich hab ihm auch Kopfschuss gegeben. Ich hab ihm auch Kopfschuss gegeben. Ich hab ihm auch Kopfschuss gegeben. Einer. Drei Stücken. Zwei Kopfschuss. Ach, der ist vorne eingegangen. Vorne einer. Ja. Da habe ich den jetzt schon wieder. Lauf. Da war... Jetzt fällt noch von unten an. Ne, die sind zu dritter angekommen. Ja, da kommt noch in die Leitung rein. Ne, die müssen jetzt in die Leitung holen. Hier links in die Leitung. Und normalerweise wiederkommen. Scheiße. Die Leitung. Leicht. Lass es. Okay. Ich hab extrem erlebt. So. Okay, weiter. Mit viel Energie hast du jetzt verloren? Ja. Ah, ne. Der Gider lebt, der... Nur 17.000. 17.000. 17.000. Okay. Ja. 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 Ja.